Hi, ich bin der Michael, ich bin Schusshoferauftragter bei Phönixhagen. Leider ist das aktuell in den Hallen nicht möglich, auch nicht draußen bei dem Superwetter auf den Sportplätzen. Wir haben aber trotzdem gesagt, wir wollen euch den Schuss halten. Bleibt aktiv, daher haben wir eine kleine Grundschulgruppe vorbereitet, zusammen mit unseren AG-Leitern, euren Lehrern der Grundschulen. Dabei wünschen wir euch viel Spaß. Hi, ich bin Marvin, ich leite Schul-AGs bei Phönixhagen und bin Jugendtrainer beim Kooperationspartner SVSV70. Hallo, ich bin Kaya, ich leite Schul-AGs bei Phönixhagen und bin beim Kooperationspartner TVHM1860 Jugendtrainerin. Wir morgens auf dem rechten Bein stehend die Zähne zu putzen, ohne dabei das Gleichgewicht zu verlieren und abzusetzen. Versuche es abends auf dem anderen Bein.